es war der vier wort auch nice aber vor allem wegen des versteinerns das auch sehr geil gegen morose damals karazan und so aber war das nicht damals so dass nur zwergenpriester den vier wort hatten oder so da schon nicht mehr fürchte ich also ob er sehr gut angefangen Spiele ihn, spiele ihn, spiele ihn, spiele ihn, oh, schade, er spielt ihn auch nicht, Ryan, dann spiele ich ihn, Ryan, Ryan, oh, bin ich letzter hier, gibt's da gar nicht? Du bist das letzte, ja. Er hätte ihn auch noch gehabt, aber ich dachte, du stehst da so schön. Okay, nehmen wir. Herrlich, kann man so machen, kann man so machen. Der war ganz nice. Gut, wenn man sie nicht trifft, ne? Ich habe gelernt, dass auf den hohen Rängen jeder Fehler zum Tor führt. Ja, definiere hohe Ränge. Du alter Angeber, ne? Hoppala, sehe ich jetzt nicht, aber... Ich finde schon, dass alles, was blaues in hoher Rang ist. Vielleicht doch noch nicht. So much, wow. Geil. Hardcore Shot. Oh, extrem. Hammer. Alle drei. Ja, ich tendierte auch zum Logitech F310. Oh, Mensch, sag das doch, Benni. Du weißt doch, wo ich bin. Ach ja, du bist ja immer der Typ, der hinten ist. Die letzten Male war ich immer der Typ, der hinten war. Und du hast mich vor dir nicht gesehen, deswegen bin ich hinter dir. Achso, das wusste ich nicht. Okay. Weil das nicht gerade bei Amazon im Angebot ist, you know? Nee, verstehe ich nicht. Ich dachte, es geht um Weihnachtsgeschenke. Ja, stimmt, das recht. Jetzt seid ihr dran. Oh. Ich bin auch von zu weit weg. Danke. Ah. Oh, ich dachte, er spielt hier wieder raus. Ui. Hi, Linda. Ja. Ja, ich dachte, du brauchst noch mal ein bisschen Anschub. Immer gern. Na, der war ja auch prächtig. Prächtig. Ach. Oh, den trifft er nicht. Ich könnte kotzen. Richtig kotzen könnte ich, ne? Okay. Ja. Jawohl. Gut gespielt. Ein bisschen sehr weit raus, aber gut. Ach. 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 Oh, au. Sven, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Dass ich ein wunderschönes Auto habe. Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen, aber könnten durchaus... Oh, schade. Ich glaube, ich habe den dritten Teil von Neon Genesis von Genel doch nicht gesehen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe den Anfang aber nicht erkannt. Haha. Zumindest kam mir der Anfang nicht bekannt vor. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Okay. Ich glaube, wir müssen mal generell darüber reden, was das für Filme sind und so. Machen wir das morgen? Auf Arbeit? Ne, morgen habe ich bestimmt was zu tun. Oh, Mist, ey. Oh, nee, nee, nee. Hahaha, nicht übel. Da muss ich so steil nach oben weg, ey. Nicht übel. Na. Ey, Linda, du mit deinem Gen-Gelie dran, ne? Bist du schlecht, ey. Gibt's gar nicht. allerdings kein skill absolut nicht benny du sagst doch bescheid wenn herr protos zerk was erzählt ach so danke und schönen abend noch hat er gesagt ich weiß nicht ob das bedeutet das habt ihr neue freunde gemacht ohne mich oder ich meine spiel hat sich gerade minimiert das war interessant auf jeden fall ach schade blauer geball ist okay das war gar nichts schöner doppelpass warum auch immer du da lang geflogen kam habe ich vielleicht wusste ich ja dass du da lang spielst ich wollte echt noch so ein stück länger machen weil er war ja viel zu kurz gekommen ne ja hast du nicht mit gerechnet dass ich den kriege nein ha immer wieder überraschend der bereits ohne 1 ohne bewusst immer wieder überraschen warum der bereits daraus fährt dachte schon dass laura den einen gesehen ganz schön steil ganz schön schnell runter wenn man den gespielt hast dankeschön den schub habe ich gebraucht alle sollte eigentlich hoch ich habe auch mit dem hohen gerechnet deswegen war ich schon in der luft super der savior junger oder den kannst du gleich noch mal spielen ich wollte noch weg weil ich dachte du nimmst den nein hat ihm schon wieder unterwegs weh ey ohne spaß das klingt schon weh oh man ey wäre auch nicht reingegangen oder? nee nein tolle wurst jawohl jetzt holen wir das noch auf come back is real junge mit der kraft von laura hmm hmm jawohl nice unten rechts was anderes kann ich halt nicht stimmt kennt es ich hätte ihn oben links ja 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 ich will auch mal ein tor machen ja danke nice andre das habe ich mir verdient unhaltbar auf jeden und monster pinch habe ich nicht warum springt denn noch mal kurz auf scheiße oh hi juhu was für ein trocken was für ein trocken was für ein trocken mitgefühl alle miteinander gespielt ne ich schubs sie da hin du machst ne schöne flanke Sven verwandelt Linda meine ich alles geplant 122 jahre und und oh der wärs noch gewesen oh was der hochfliegt ey ui hallo perfekt auf sich drauf gespielt hat er den noch hat er den noch hat er den noch ich habe auch ein wettmobil die china variante hö nicht ganz echt sieht aber täuschend echt aus wo stehst du denn naja pssst chinesen kopieren ja alles ey nach misten sie doch oh querschläger querschläger meinst du ne ne oh hat ich oh puh ich war erleichtert dass du den ball gekriegt hast ich war mir nämlich sicher ob ich den vernünftig kriege oder ein bisschen weit noch ein bisschen hart ja ja schön an die seite gut gemacht da kommt der pass in die mitte wenn ich noch boost hätte du stehst aber auch immer im weg alter not bad egal haha und jetzt kommt linda guck mal wie geil fast und diese flanke ein bisschen kurz aber na 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 nehmen wir nehmen wir entschuldigung stand im weg der typ auf der linie schieb da selbst den murk weg echt mal für das ding hier blöd erwischt entschuldigung ok komm linda gib alles gib alles linda jawoll ich glaube ich wäre nicht mehr rechtzeitig hingekommen wachtung hu spannend haha 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 das sieht witzig aus kann ich fragen doch ich war zu hoch die flange doch drinnen so ich habe den torwart mal weg gemacht ist ja ich hätte den so flanken können du hättest nun war der schlecht alter irgendwie sind wir alle zum ball und dabei fügt nur gerade nach oben weiter ich bin nicht zum ball kickte ihn gegen den ball gegen Ah shit, oh Gott war das schlecht. Ah. Ah Mann ey, komm. Rein damit, geht doch. Lololol. Oh. Was ist da los, Jungs? Was ist da los? Ich bin wieder Rising Star. Oh, endlich. Ich bin auch Division Up. Du bist in 3, Junge. Junge. Jetzt bin ich in den höheren Rängen. Du bist in 3? Ja, ich bin in Division 3, hier. Okay. Weil, Dingen spiele ich nicht. Mein Stern wird gleich ausgefüllt. Äh, nicht ausgefüllt. Also du verlierst was. Er wird gleich ausgestanzt. Ah, ich verstehe. Haben wir die nicht gerade gehabt? Okay. Let me show me your Anstoß. Let me show me your Anstoß. Okay. Ja. So much wow. Ich will den. Oah, take me to your letter. Du alter Ball Chaser. Oh, ne, Geek. Ja, Tor hast du. Sehr gut gemacht. Ich wollte den unbedingt haben. Kannst du das nicht, ja. Nice. Rieses Passspiel. Und er wollte ihn mir wieder wegnehmen. Hast du das gesehen? Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte nur aufs Bild. Da, guckst du? Oh, schade. Oh, nicht so schlecht. Oh, spiel den doch, Typ. Oh, da steht ja gar keiner von euch. Leider nicht. Da einer? Ja, ich war da, aber... Ich nehm den, ich nehm den, ich nehm den. Ja. Easy. Boom. Ah. Wow. Wow. Ich schnack ein bisschen doof zum Ball. Und irgendwie... Hatt ich da noch keine Lust mehr. Freestyle ist du da rum? Was? Ja, du. Was denn? Komm, sind wir alle blau, wären wir übermütig ohne Ende. Was? Wir sind blau, wir sind orange. Achso, das wusste ich nicht. Überrascht mich gar nicht. Schöner Pass. Ja. Das ist leider kein Freestyle-Ariel, aber dafür war er ein bisschen zu nah am Boden. Ja. Ich stehe aber auch abseitsverdächtig am kurzen Pfosten. Ja. Das ist gleich aufgefallen. Da will ich die Zeitlupe nochmal sehen. Wie ich mich meinem Bewacher entzogen habe. Geht er an die Decke? Nein, geht er nicht. Nee. Mach mal einen schönen Pass. Okay. Kriegst einen Pass zurück. Oh, ein schöner Pass. So, den nehme ich. Oh. Pssst. Äh. Nicht erwischt. Wie man gesehen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Pssst. Jawohl. Kein Save für dich. Ja. Nee, das wäre ein Tor gewesen, aber. Äh. Ja. Nix da. Ah. Ich habe leider keinen Boost mehr. Immer noch nicht? Nee. Irgendwie. Ich könnte schwören, ich bin da gerade durchgefahren. Durch den Boost, aber. Hm. Angriffstechnisch machen die noch nicht so viel, finde ich. Ich bin komplett falsch abgesprungen. Nice. Ich bin auch falsch abgesprungen. Shootings da. Hammer So, sind wir jetzt endlich ebenbürtig mit den Gegnern Hoffentlich kriegen wir die nochmal Ja Stimmt